Unsere Zuschauer rund um den Erdball, ich bin mir sicher, sie sind genauso gespannt auf diese Partie wie hier. Das Spiel läuft. Sehr gut verlagert auf die Seite. Und die Flanke. Salomon Kalou. Durch. Physisch enorm präsent. Im Nachsetzen. Chance auf Chance, doch das Tor fehlt nicht. Das ist eine schlimme... Er steht in der Luft. Also so macht er dem Torhüter keine Angst. Sehr gut verlagert auf die Seite. Da geht er durch. Er bringt ihn. Da ist er noch dran. Schellbrett. Sehr guter, weiter Ball da auf die Seite. Und rüber zur langen Ecke. Per Kopf. Die Latte rettet sich. Der Befreiungsschlag. Arnold entscheidet sich für den Rücken mit der Stirn. Schellbrett. Das ist das Ende der ersten Hälfte. Welches Resummi... Der Ball kommt zu... Kalou. Er trifft ihn. Jetzt ist er drin. Super. Einfach stehen lassen. Da ist die Flanke. Sie brauchen jetzt mehr Solcher. Auf die linke Bahn. Versucht die Gasse zu finden. Der sieht gut aus. Riesenmöglichkeit. Er trifft. Er trifft. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Ein Foul war es. Nur war es innerhalb. Es ist ganz banal. Die große Chance. Na klar war das kein schönes Foul. Aber die Frage ist erlaubt. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass der so alleine hätte durchmarschieren können? Hut ab. Hut ab. Vor Ibišević. Klasse Stellungsspiel. Gut geklärt. Schellbrett. Sie hören es. Der Schiedsrichter pfeift ab. Am Schluss hat die glücklichere Mannschaft gewonnen. Beide Mannschaften haben am Ende alles oder nichts gespielt. Was ein dramatisches Spiel mit der Entscheidung in den allerletzten Minuten. Die Entschlossenheit und die Hartnäckigkeit haben sich am Ende ausgezahlt. Sie haben diesen Sieg erzwungen. Ganz spät.